freut mich wieder bei euch zu sein mit einem youtube video mit der easy soft auf der kleinsteuerung e4 will ich euch eine freie programmierung zeigen nach einer aufgabenstellung ihr seht das schon im hintergrund ich werde der leichtigkeit halber vielleicht der ein oder anerkennt das beispiel wasserbehälter hier haben und zwar werde ich mir signalisieren lassen wenn die voll sind hier der wasserbehälter 1 über die anzeigeleuchte p1 und wenn dann eine sirene ertönt kann ich das dann quittieren ja das werde ich euch alles gleich zeigen zum beispiel wenn jetzt hier der schwimmer schalter auf voll ist der zulauf halt dieses wasserbecken befüllt hat fängt dann diese leuchte p1 an zu blinken nach einer eingestellten zeit weiter blinkt die lampe weiter und die sirene ertönt ja bei der wasserbehälter natürlich voll ist diese sirene nervt natürlich und ich kann diese sirene dann deaktivieren mit der quittierungstaste s1 dann geht die leuchte anzeige leuchte p1 wieder auf dauerzustand und wenn der schwimmer schalter wieder zurückgeht bzw das wasserbecken leer gepumpt wird dann geht er die leuchte wieder grundzustand natürlich ist das nicht so sehr schwer aber vielleicht auch ein bisschen gehirnschmalz braucht man aber auch nicht allzu viel der leichtigkeit halber wirklich dieses leichte beispiel oder einfachere beispiel habe ich hier drei behälter drei behälter bedeutet auch drei anzeigeleuchten für behälter 2 p2 für den behälter p behälter 3 p3 und für alle drei behälter habe ich eine sirene das heißt je nachdem welcher behälter voll ist und nach einer eingestellten zeit dann wird die sirene ertönen also wenn zum beispiel auch der behälter zwei wasserbehälter zwei voll ist blinkt jetzt eine anzeigeleuchte die p2 und nach einer angestellten eingestellten zeit die festgelegt wurde fängt dann auch die sirene an zu ertönen die sirene will ich quittieren mit dem taster auch s1 der ist für alle drei behälter als quittierungstaste da und die anzeigeleuchte für den jeweiligen wasserbehälter geht in dauer leuchten und wenn der behälter wieder leer ist dann geht die leuchte wieder aus genau dasselbe spiel mit dem wasserbehälter drei wenn der voll ist blinkt die leuchte p3 für den wasserbehälter nach einer eingestellten zeit ertönt die sirene blinker geht weiter und ich kann quittieren dabei geht die sirene aus die anzeigeleuchte für den jeweiligen wasserbehälter geht in dauerlicht und bleibt so stehen so lange bis der wasserbehälter durch den ablauf entleert wird und alles ist wieder im grundzustand wie ihr hier jetzt seht also das ist die aufgabenstellung vielleicht sollte man das einmal zweimal hören aber ihr werdet jetzt ja hier in meiner programmierung mit der easysoft 7 werdet ihr sehen wie ich das hier schritt für schritt bewerkstelle bewerkstellige ja da müsst ihr ein bisschen durchhaltevermögen haben oder zwischendurch auf pause drücken ja ein kaffee holen oder was auch immer ja geht in die sonne erholt euch ein bisschen und dann macht ihr einfach ganz schön weiter und guckt euch das video weiter an also die easysoft 7 ja die ist wirklich nur für diese kleinsteuerung gedacht die jetzt programmiert wird über eine rj45 schnittstelle es gibt wieder unterschiedliche varianten wie ihr hier seht die ich natürlich hier auswählen muss sogar mit erweiterung was heißt sogar also wir sind ja das auch gewöhnt bei den kleinsteuerungen mit erweiterung zu arbeiten ich werde jetzt erstmal ohne erweiterung hier mir eine easy auswählen und zwar mit relais kontakt obwohl ihr gerade hier die seht die mit transistor ausgängen arbeitet ja aber das ist ja sei dahingestellt auch die version muss ich beachten was ich an der linken seite da natürlich ablesen kann aber es geht hier ums prinzip zu erkennen wie ich denn in der programmierung hier vorwärts gehe und da habe ich mir auch speziell dann gleich werdet ihr sehen den easy device programming plan dann dementsprechend ausgesucht damit ihr das vergleichen könnt mit der vorangegangenen version 719 acrc zum beispiel die ich ja schon öfters programmiert habe und euch gezeigt habe hier seht ihr was ich alles an der neuen kleinsteuerung hier habe beziehungsweise was für anschlüsse es gibt ja die bezeichnung guckt euch das auch auf dieser website oder auf der website von ihnen anders so richtig nett gemacht ja was man hier machen kann und auch die einstellung die ich hier jetzt speziell für diese kleinsteuerung jetzt zusätzlich machen kann und einstellen kann nämlich das tolle daran ist dass die natürlich auch ins netzwerk eingebunden kann ich kann sie über ein netzwerk erreichen auch dementsprechend programmieren das ist eine ganz coole geschichte sie kann sich auch automatisch dann letztendlich die ip adresse holen also alles das kann ich ja einstellen aber für den einen oder anderen der da mehr einsteigen möchte kann sich ja mit dieser software oder mit dieser geschichte dann auch beschäftigen irgendwann werde ich auch da näher drauf eingehen aber mir geht es ja jetzt erst mal hier in dieser präsentation nur darum euch zu zeigen wie man aus einem kopf beziehungsweise aus einer aufgaben stellung schritt für schritt dann eine lösung findet in den unterschiedlichen schallplänen und hier mit dem edp ja spannend hier zum beispiel auch bei dieser kleinsteuerung was man zusätzlich einstellen kann in dem grundgerät was ihr seht er kann ich das nicht kann ich die ausgänge beziehungsweise hier in dem fall die eingänge natürlich dann den programmierten eingängen i1 i2 i3 und so weiter und so fort den realen physikalischen eingängen dann anders zuordnen spannende geschichte ja und ich kann hier auch sogar schon im vorhinein wie ihr das hier gerade seht die bezeichnung der einzelnen eingänge hier eintragen so dass ich so mein projekt schon richtig schön sauber vorbereitet das heißt ich habe die aufgabenstellung vor mir seht er die wasserbehälter welt 1 2 und 3 und dann die signalisierung beziehungsweise die ausgänge auch die sirene ja wie sie dann hupe genannt wo ich dann hier eindeutig dann auch so die zuweisung machen kann und per text in meiner programmierung das natürlich immer sehe das habe ich euch schon auch in der anderen programmierung easy soft mit der 719 ac rc gesagt also immer immer dokumentieren welche eingänge wie heißen was man gerade programmiert damit man das nachvollziehen kann ja das soll immer so sein damit man nicht durcheinander kommt und ihr seht auch die ausgänge ja q1 ist hier meine meldeleuchte p1 p2 ist dann die meldeleuchte für den wasserbehälter 2 wenn der voll ist p3 die meldeleuchte für den wasserbehälter 3 wenn der voll ist blinkt er und dann am ende die hupe beziehungsweise die sirene jetzt will ich den endlich programmieren ja der ein oder andere kennt die oberfläche und jetzt mache ich wirklich über den edp easy device programm oberfläche habe ich hier wirklich das was ihr kennt oder was ihr von mir kennengelernt habt habt ihr hier diese oberfläche ein bisschen anders aber sehr sehr ähnlich aber was ist passiert ihr seht die easy sie zwar sehr schmal und klein aus aber ich habe hier wirklich eine einen umfang den ich jetzt hier habe wie an der einer 800 easy habe ich jetzt hier auf einmal aufgeklappt ich kann wirklich mit dieser kleinsteuerung purzelbäume schlagen wenn ich das denn möchte es ist schon verrückt was alles möglich ist wie bei der 800 kann ich hier habe ich vier spalten zur verfügung ja in der programmierung das heißt es wird die auch hier im edp wird hier spalten mäßig abgearbeitet genauso muss ich dann auch sauber natürlich programmieren meine haftnotiz die ich hier eintragen damit ich immer weiß wo ich bin ja behälter 1 hier zum beispiel trage ich hier ein und weiß dann immer sauber in welchen abschnitt ich bin was ich gerade programmiere so jetzt fangen wir doch mal an und ich erkläre euch das wie gehe ich vorwärts das ist natürlich so ihr seht immer hier parallel rechts im bild versuche ich das hier mit zu zeigen dass ich hier den behälter 1 habe wasserbehälter 1 und es geht ja oder es geht um die eingangsbedingungen schwimmer 1 ja ist der schwimmer 1 denn hier oder schaltet der schwimmer schalter 1 ein ja dann sollten doch eine meldeleuchte angehen und zwar soll die blinken blinken wissen wir mittlerweile muss ich natürlich erstmal ansprechen ja und da ist hier mein t01 den ich hier einstellen werde als blinker als zeitrelais und da seht ihr jetzt was sich ein bisschen gleich geändert hat werdet werde ich euch gleich zeigen erstmal bezeichnet natürlich zu dem behälter 1 gehört der blinker für die lampe p1 immer schön hinterlegt und jetzt was ich hier eintragen kann oder eintragen muss und die ansicht dementsprechend auch brauche ist dieser baustein den ich hier gewählt habe den zeitbaustein muss natürlich den baustein sagen hey was bist du du bist ein blinker habe ich eingetragen und kann hier sagen in welcher frequenz er hier blinken soll mit der auflösung ja das kennt ihr auch von der frühen programmierung aber ihr seht ich kann das hier mit dem unter dem reiter baustein plan dann hier alles einstellen das hat sich so ein bisschen geändert muss ich natürlich bach wieder zurück in den schaltplan ja ich finde das günstig ja dass es so ist zurück in dem schallplan seht ihr hier habe ich jetzt den blinker ja der dann anfängt munter vor sich hin zu blinken wenn der schwimmer schalter dann auf voll geschaltet hat gut jetzt war die aufgabenstellung ja wenn eine bestimmte zeit verstrichen ist der blinker blinkt munter vor sich hin der behälter ist voll der blinker blinkt vor sich hin und der behälter ist für eine längere zeit voll nämlich ich habe hier fünf sekunden eingetragen dann soll die sirene losgehen bzw die hupe soll hier aktiviert werden und ich habe euch das eben gerade so auch versucht mit einem text zu sagen nämlich nach einer eingestellten zeit soll die hupe dann signalisieren also im baustein plan ist das wirklich hier dieser baustein t02 den ich hier als ansprechverzögert deklariere er kommt später blinker sofort sobald der behälter voll ist ansprechverzögert dann die sirene und ich stelle hier wirklich dann fünf sekunden ein um das dann auch so zu bewerkstelligen ok nochmal kontrolliert auch anhand der zeichen was ist das ok das ist eine ansprechverzögerung beziehungsweise ein blinker ja hier seht das wie was passieren soll nämlich wird angesprochen durch die eingangsbedingungen des schwimmers schaltet der schwimmer geht der blinker und die sirenen nach einer eingestellten zeit das heißt auch der blinker der munter vor sich jetzt hin blinkt weil er das signal von i1 bekommen geht auf eine meldeleuchte und zwar auf die meldeleuchte p1 und das war mein ausgang q1 das hatte ich ja ganz am anfang so deklariert ja so passt das dann zueinander genauso mache ich das natürlich mit unserer sirene mit der hupe das heißt ja nach der eingestellten zeit der schwimmer schalter schaltet ja durch nach der eingestellten zeit ansprechverzögert geht dann die sirene los ja wenn man manchmal flutscht das hier nicht so ja dann muss man ein bisschen filigran arbeiten und ihr seht wenn ich hier q4 auswählen dann habe ich hier auch die sirene mit am start die hupe ja so funktioniert das alles erstmal das heißt ich habe hier mächtig lärm ja wenn das wirklich so erfolgt das heißt ich kontrolliere das nochmal alles das heißt ich erkläre euch wenn ihr einschaltet dann blinkt dann nach einer eingestellten zeit hupt ja und so ist erstmal der grundzustand für diesen wasserbehälter ist erstmal so erledigt möchte ich sagen ihr seht das sieht ziemlich einfach aus ja und ist auch nicht schwer wenn ihr das mal so nachvollzieht stück nacheinander dann werdet ihr das sehen gut die hupe hupt aber ich muss sie ja irgendwie wieder auskriegen und das mache ich mit meiner quittierung i4 quittiert taste ja und die quittiert taste hat die aufgabe wenn die betätigt ist dass die lampe in dauerlicht kommt beziehungsweise die hupe ausgeht also quittieren heißt es ist eine taste taste bedeutet sobald ich die loslasse ist auch wieder das signal weg also ich brauche jetzt irgendwas was festgehalten wird ja ich hätte jetzt auch mit einer selbsthaltung arbeiten können aber eleganter ist hier ein setzen ich setze ein merker auf 1 das heißt er so lange an bis ich ihn wieder zurücksetze die quittiert taste betätigt wird jetzt der merker 1 auf 1 gebracht so und jetzt will ich einfach die hupe damit abschalten wie kann ich eine hupe abschalten das heißt der merker 1 der macht ein cut in der elektrischen verbindung zur hupe beziehungsweise zur sirene und das schaffe ich indem ich hier eine negation ein arbeite also wenn der merker 1 1 ist und das ganze negiert wird wird daraus eine null und schneidet somit den pfad zu der hupe ab genau dasselbe spiel mache ich mit diesen merker mache ich hier in den blinker rein also der schwimmer ist ja immer noch auf 1 ja und lässt munter blinken aber wenn ich jetzt quittiere und den merker auf 1 bringe dann will ich das blinken stoppen und die hupe stoppen so und dann bringe ich einfach hier den merker 1 dazwischen das heißt die bürze fort auf ja ich hätte auch einfach nur oben den merker 1 mit reinbringen können ja hätte ich mir und gespart aber alles gut ja so natürlich ich kann nicht zwischendurch quittieren und dann würde sofort auch die quittierung erfolgen und dauerlich sein aber das macht ja keinen sinn die quittierung soll ja nur dann erfolgen jetzt bin ich in dem schritt nur dann erfolgen wenn auch die sirene die hupe betätigt ist das ist die bedingung eine und bedingung ich kann erst dann quittieren wenn die hupe auch betätigt ist ja so dann kann ich erst den merker 1 setzen ja noch mal schön angucken ja das heißt wirklich es blinkt ich quittiere geht auf soll jetzt auf dauerlicht gehen ja auf dauerlicht heißt wenn der merker gesetzt ist der seht dauerhaft an kann ich diesen nutzen und den auf die meldeleuchte bringen ja und oben ist sowieso der blinker abgeschaltet durch die quittierung m1 durch das setzen des m1 ja das habe ich jetzt einfach so einfach ist es bestimmt nicht ja für den ein oder natürlich ja was labert der darum stundenlang aber wenn einer das wirklich richtig nachvollziehen möchte macht das bitte schön langsam ja und lasst euch wirklich jeden einzelnen schritt so im kopf zergehen oder vollzieht das nach natürlich soll auch komplett alles wieder zurückgesetzt werden das mache ich wenn der schwimmer nicht betätigt ist beziehungsweise wenn der schwimmer jetzt wieder zurückgeht in seine position nämlich der wasserbehälter ist leer das heißt der schwimmer geht auf den zustand 0 und wenn ich den negieren ja dann resettet der komplett dann meine ganze anlage beziehungsweise meine meldeleuchte und natürlich auch die quittierung nochmal nachvollzogen schwimmer lässt blinken nach einer eingestellten zeit sirene sirene kann ich durch die quittierung wenn die hupe da ist abschalten indem ich den merker setze da oben als negation eintragen damit er die verbindung kappt aus einem 1 signal macht 0 signal lässt nicht weiter durch und so kann ich das dann wirklich kontrollieren gut das war jetzt für meinen wasserbehälter 1 wie sieht das denn mit dem behälter 2 aus eigentlich komplett komplett genauso das heißt ich kann mir hier diese programmierung komplett kopieren dann einfügen aber das werde ich euch gleich zeigen ich bin jetzt nämlich hier in die simulation gekommen ja und simuliere jetzt einfach mal auch das was ich jetzt hier gerade programmiert habe für meinen behälter 1 sollte man immer machen immer den stand den ich gerade mache ich kann auch unterschiedliche schaltpläne erstellen und jeden einzelnen für sich ausprobieren hier habe ich das mit dem behälter 1 gemacht und werde jetzt sehen okay mit meinen ausgängen beziehungsweise mit meinen eingängen eingangsbedingungen stimmt dann das dann hier auch alles überein hier seht ihr auch die simulation einstellungen die ich machen kann zyklen kann ich hier einstellen beziehungsweise im zeitraffer irgendwas ablaufen lassen das kennt man ja so ein bisschen von der vorhergehenden easy soft ein bisschen muss ich mich auch daran gewöhnen dass ich hier immer zwischen ansicht nähen und her klicken muss aber da hat man sich auch schnell dran gewöhnt hier seht ihr dass die simulation wenn der behälter 1 voll ist die hupe nach einer eingestellten zeit dann letztendlich hier auch angeht und die der blinker immer munter vor sich hin blinkt ja und wenn ich hier abschalte ja dann geht natürlich auch alles wieder komplett in den grundzustand rein schwimmer wieder aktiviert und ich sehe p1 blinken die hupe geht nach der eingestellten fünf sekunden an in dauerlicht ja so sollte das auch sein kann das in meinem schaltplan edp kann das hier nachvollziehen was hier rot hinterlegt ist ja und kann dann auch mal das quittieren hier ausprobieren und ihr seht die meldeleuchte p1 geht auf dauerlicht und die sirene geht aus gut dann habe ich ja schon mal einen schritt geschafft wir den wasserbehälter 1 also steige ich jetzt auch in den wasserbehälter 2 ein und ihr seht ich was ich eben schon genannt habe markiere ich hier komplett den gesamten bereich und füge das komplett darunter unter meine haftnotiz ein schwupps ja jetzt muss ich alles abändern was hier mit den eingangsbedingungen zu tun hat beziehungsweise den ausgangsbedingungen zu tun hat ja und das werdet ihr gleich schritt für schritt sehen behälter 3 noch hier eingetragen für den gilt ja dasselbe sozusagen in grün auch hier wieder komplett alles eingefügt ein bisschen hakelig okay haftnotiz aus versehen eingefügt muss ich natürlich hier entfernen ja wie gesagt man muss ich mal so ein bisschen rein arbeiten aber je mehr man damit arbeitet ja dann flutscht das natürlich viel besser so und jetzt habe ich das eingefügt und muss das stück für stück komplett ändern hier den schwimmer 2 die quittierung muss geändert werden ja und da bietet sich das an wirklich mal vorher sich oder nebenbei so ein plan zu erstellen ja merker 1 für behälter 1 merker 2 für behälter 2 die quittierung merker 3 für behälter 3 und so weiter und so fort und das schön sauber immer hier auch beschriftet und dann kann ich das immer immer nachvollziehen beziehungsweise fehler vermeiden hier auch den blinker eingestellt ja da muss ich natürlich auch nicht den blinker für p1 ihr seht jeder wasserbehälter braucht seinen eigenen blinker jeder wasserbehälter braucht auch seine eigene freigabe für die sirene jeder wasserbehälter braucht seine eigene quittierung ja deswegen wenn man das so schritt für schritt nachvollzieht ja dann erkennt man das ich kann nicht alles auf einmal aufziehen ja sondern muss das dann halt beachten in den bausteinen muss ich auch das hier eintragen ja t3 ist dann mein blinker für den wasserbehälter 2 trage wieder den blinkzyklus ein beziehungsweise die blinkfrequenz ein und gehe dann wieder in den schaltplan zurück und folge dann stück für stück den einstellungen ja macht das jetzt nicht hier alles auf einmal sondern geht wirklich in den auch in die bausteine rein und stellt dann erstmal ein was ist das für ein baustein ja was ist das für ein zeitbaustein hier ist natürlich wieder die ansprechverzögerung die ich habe ja alles schritt für schritt dauert natürlich ja der eine oder andere der macht das in einer anderen art und weise es ist ja wie es jedem halt bekommt oder wie gut er mit auch mit programmierung zurecht kommen oder mit logiken zurecht kommt hat jeder seine eigene eigene art und weise und ist vielleicht sogar viel viel schneller als ich euch das hier zeige ist ja auch gut ja aber wer hier erstmal so ein einsteiger ist kann sich vielleicht daran so ein bisschen rumhangeln ja ihr seht auch so ein bisschen ja manchmal finde ich ein bisschen hakelig ja also das war in der vorher programmierung im edp war das ein bisschen einfacher oder der hat das so auch ein bisschen einfacher übernommen indem ich hier wirklich dann die buchstaben geändert habe hier sprang der immer eben gerade wieder zurück aber ich will euch nicht verwirren er zieht eure merker oder bausteine wieder separat auf die stelle und benennt die dann um oder nummeriert die dann um ja so und immer schön nachvollziehen damit das auch passt ja hier ist der blinker für die meldeleuchte und zwar die für den wasserwerter 2 das passt alles ja und das ist mein ausgang q2 so die freigabe hupe erfolgt natürlich nicht durch das weite zeitglied sondern hier durch das vierte zeitglied ich bin ja im wasserwerter 2 die quittierung erfolgt mit quittierung m2 so habe ich das eingestellt und die sirene bleibt hier auf q4 aber ihr kennt das ganze ja oder das spiel dass ich natürlich die sirene wenn ich die dreimal am ausgang brauche ja nicht immer wieder am ausgang hin packen kann dann weiß ja die kleinsteuerung nicht weil die spalten mäßig hier vorwärts geht in diesem in dieser programmierung was soll ich denn jetzt machen welche bedingungen soll ich denn jetzt nehmen das heißt ich muss hier wirklich einen merker einstellen ja einen merker verwenden für die freigabe der sirene und die merker werdet ihr dann auch nachher sehen sammle ich am ende und bringen das dann auf den ausgang nämlich die sirene muss mir natürlich hier wieder was einfallen lassen irgendwas mit 1 am ende also nehme ich hier den merker 11 doch ja also merker 11 ist für meine freigabe der sirene 1 ja seht ihr ja schwule die bobs ja mach hier ein bisschen noch eine 1 sein damit das alles auch deutlich wird so ein bisschen leerzeichen damit das schöner wird und scroll dann runter ja und ihr seht ihr ich bin im schwimmer 2 und will auch die gleiche sirene ansteuern und werde hier auch ein merker setzen und zwar merker 12 also irgendwas mit einer 2 da hinten dran und kann das auch so bezeichnen und bleibe so in meiner beschriftung sauber beziehungsweise bin übersichtlich ja das heißt dieselbe funktion nur mit einem merker damit ich das am ende dann zusammen auf den ausgang bringen kann die quittierung mit derselben taste ja klar auch der ausgang ist gleich geblieben ich könnte ja jetzt hier zum beispiel auch den merker nehmen aber hupe bleibt hupe ja oder sirene bleibt sirene nur die quittierung muss ich jetzt mir merken dass sie natürlich nicht jetzt über den merker 1 passiert sondern über den merker 2 passiert da ich ja jetzt hier den behälter 2 vor mir habe ja das heißt wenn der behälter 2 voll ist und die sirene dann betätigt wird quittiere ich mit dem selben taster aber mit der bedingung dass ich hier natürlich den merker 2 ja gut das ist hier dann so aktiviert beziehungsweise so eingetragen und kann so natürlich weitergehen ok schwimmer 3 auch vorgenommen und die einstellungen hier betätigt ja ich könnte natürlich auch in der quittierung noch jeweils dann zusätzlich noch mit eintragen den schwimmer schalter als bedingung ja das kann der eine oder andere auch mal ausprobieren ja wenn der betätigt ist und die hupe betätigt ist dann kann ich quittieren ja das wäre jetzt zum beispiel zusätzlich noch noch so einzutragen kann man ja aber ihr werdet gleich sehen in der simulation wie das dann funktioniert gut für den behälter 3 alles eingestellt das heißt ich habe ja auch ein zeitglied das sich fortlaufend hier benennen muss das ist mein blinker für den behälter 3 der durch den schwimmer schalter 3 betätigt wird und der blinkt munter vor sich hin solange der schwimmer schalter anders stelle im bau steinplan stelle ich hier dann auch die zeit den blinden rhythmus ein ja sage erst mal okay du bist hier ein blinker und stelle hier die frequenz ein eine sekunde ein eine sekunde aus so dass ich ein eine deutliche signalisierung habe genau so gehe ich jetzt hier weiter quittierung m3 habe ich schon benannt und jetzt hier mein baustein sechs ist dann ansprech verzögert wieder für die sirene ich gehe wieder in den baustellen plan rein ansprech verzögern ist immer so als erstes hier automatisch eingestellt trage hier die zeit von fünf sekunden ein und dann bin ich hier eigentlich schon damit durch diese zeiten einzustellen diese bausteine einzustellen ja wie viele bausteine sinne programmierung für die oder die sieben version gibt das ist schon wahnsinn gut jetzt zu den meldeleuchten ja die ja eingetragen werden muss für den behälter 3 das ist nein mehr meine meldeleuchte leuchte 3 auf q3 angeschlossen da geht der blinker drauf und natürlich der gesetzte die gesetzte quittierung m03 ja so kann ich das alles schön eintragen und mir anzeigen lassen und auch dann hier für die sirene ein separaten für diesen behälter eine sehr gerade sirenen ansteuerung ein merker dafür zu schaffen ja wo ich dann am ende alles sammeln ok wieder alles schick hin gezeichnet oder soweit leerzeichen gemacht dass das schön untereinander ist und ihr seht da ok wenn die quittierung erfolgt ja dann kann ich das hier natürlich eintragen wirklich vielleicht hätte ich hier wirklich statt den q4 hätte ich hier den merker zur jeweiligen ähm meldung sirenenmeldung hier machen müssen wäre vielleicht ein bisschen sauber gewesen ja aber das werden wir ja dann sehen ob es dann auch so funktioniert was ich einmal setzte muss ich natürlich rücksetzen ja und hier gehe ich dann weiter und trage hier meine nicht quittierung ein sondern ich steuere hier meine sirene an meine hupe die hier so einfach benannt habe ja und zwar mit den unterschiedlichen merkern das heißt egal ob hier merker 11 12 oder 13 ja für den jeweiligen behälter hier angesprochen wird durch das äh ansprechverzögerte zeitglied ja wird dann natürlich die hupe betätigt und der ausgang ist q4 jetzt verbinde ich alles miteinander ja und ihr seht wenn einer von den drei merkern angesprochen wird auf eins geht dann findet auch die signalisierung statt schön ist dass man hier groß und kleiner machen kann dann kann ich das hier nochmal alles nachvollziehen wie das hier funktioniert wirklich nochmal alle bezeichnungen nochmal mehr angucken durchlesen ob das hier auch so alles miteinander passt und meine programmierung hier aufeinander abgestimmt ist die zeitglieder auch alle so in ordnung sind und ich nicht aus habe weil ich es ja kopiert habe dann bin ich dann durch mit diesem schritt und kann das ganze dann auch gleich simulieren wie ihr gleich seht ja gut scroll runter check das nochmal für den schwimmer drei also schritt für schritt wirklich alles hier nachgeguckt ob das dann auch so funktioniert funktioniert und wirklich als verbesserung hier wenn ich den merker für die signalisierung also für die sirene anspreche dann vielleicht den eigenen merker hier einzufügen dann ist das nochmal hundertprozentig sauber so anfangszustand hier seht ihr das ja das heißt ich habe hier meine drei behälter die drei dazugehörigen signalisierung dann für alle drei behälter die sirene und die quittierung und zeige euch das nochmal wenn der behälter voll wird hier behälter zwei zum beispiel blinkt die leuchte nach einer eingestellten zeit kommt die sirene und mit der quittierungstaste schalte ich die sirene ab und das geht auf dauerlicht ist der behälter wieder leer geht die leuchte aus das ganze bei behälter drei zum beispiel auch behälter wird voll leuchte blinkt sirene geht an ich quittiere die sirene geht aus und dann kommt dauerlicht und wenn der behälter wieder leer ist ist der grundzustand wieder da ok simulierung da dann setze ich hier das ganze aktiv das heißt ich drücke hier die start taste für die simulierung habe hier meine anfangszustände und kann das auch kontrollieren mit der negation zum beispiel ja das jetzt komplett null ist und aber die jetzt weiterleitet ist klar lasse jetzt hier mein schwimmer eins letztendlich das wasser ansteigen und ihr seht die melle leuchte blinkt ja das kann ich schön schritt für schritt nachvollziehen auch in meinem plan sozusagen in meinem stromlauf plan kann quittieren gehe wieder zurück und sehe meine leuchte ist auf dauerlicht ja p1 und kontrolliere das ganze hier in meinem schaltplan ob das auch so erfolgt ist schick schick gut jetzt mache ich das ganze mal mit meinem schwimmer 2 der dazu kommt ihr seht wieder die melle leuchte blinkt die hupe kommt nach so wie ich das auch beim 1 gesehen habe er will natürlich die sirene aus haben ich quittiere das ganze und ihr seht die melle leuchte geht auf dauerhaft die hupe geht aus und so weiter und so fort das ganze auch mit behälter 3 machen das heißt behälter 3 blinkt vor sich hin die signalisierung sirene kommt ansprechverzögert ich will die sirene ausmachen und dass die anzeige leuchte meldeleuchte p3 geht auf dauerlicht so ist das alles in Ordnung gut jetzt mache ich mal den schwimmer wieder aus schwimmer 1 aus ja und ihr seht die meldeleuchte p1 geht auch aus ja gehe jetzt wieder hin und mache jetzt auch wieder den schwimmer an und ihr seht das ganze spiel geht hier von vorne an das heißt sie hupe kommt nach die sirene der blinker blinkt weiter ich muss quittieren ja quittieren quittieren und dann seht ihr ok ich kann jetzt auch mal den schwimmer 2 ausmachen quittieren und ihr seht die meldeleuchte p2 geht aus ja die hupe ist aus meldeleuchte p1 ist auf dauerlicht so jetzt mache ich den schwimmer wieder eins an äh 2 an und ihr seht die meldeleuchte die hupe kommt nach gehe jetzt wieder und quittiere das ganze und so seht ihr wieder dass es alles funktioniert jetzt habe ich komplett alle schwimmer beziehungsweise die behälter entleert jetzt mache ich die behälter komplett gleichzeitig voll guck mir das ganze an und ihr seht ein munteres blinken von allen behältern auch ansprechverzögert kommt dann die sirene nach ja ihr seht komplett ein feuerwerk die behälter müssen geleert werden werden dann erstmal quittiert dass ich das verstanden habe dass ich auch sehe alles geht auf dauerlicht ja für den jeweiligen behälter weil ich doch jeden behälter für sich so programmiert habe ja nochmal wiederholt sauber wäre bei der sirene den merker jeweiligen merker bei der quittierung zu nehmen aber probiert das selber aus ähm und scroll hier durch damit ich das hier auch so kontrolliere in meinem stromlaufplan und schalte komplett alle schwimmer wieder frei beziehungsweise entleere die behälter mach jetzt wieder einen an ja kann das nachvollziehen ja so kann ich mich eine weile damit beschäftigen damit auch diese programmierung hier sauber erfolgt sollte ich natürlich immer machen egal was ich erstelle immer wirklich software mäßig gucken ob das ganze funktioniert und wenn das software mäßig wirklich hier alles seine richtigkeit hat kann ich davon ausgehen wenn ich die eingänge richtig belegt habe und natürlich auch die ausgänge dass das ganze sauber in der praxis funktioniert hier nochmal alles durchgespielt das habe ich wirklich nur jetzt für euch nochmal schön langsam gemacht spielt das wirklich so genauso durch damit der eine oder andere dann vielleicht mehr Verständnis bekommt guckt euch das schön langsam an wie gesagt mit Pausen dazwischen sonst wird es doch ein bisschen viel ja und dann werdet ihr das ganze verstehen ansonsten versuche ich euch das natürlich immer irgendwie in einer anderen Art und Weise dann vielleicht doch erweitert zu zeigen diese programmierung hier ist eine recht einfache Übersicht man kann auch noch einfacher anfangen mit einer Treppenlicht Zeitschaltung zum Beispiel ja solche ganz einfachen Geschichten ich habe eine Eingangsbedingungen und wenn die da ist kommt am Ausgang irgendwas ja so kann ich anfangen und so erweitere ich Schritt für Schritt meine Programmierung und auf einmal habe ich irgendwas ganz komplexes ja ich muss natürlich natürlich irgendwelche Verkehrsregeln beachten wie auch immer in der Programmierung ja sonst hakelt es natürlich ja hier auch mal auf die Bausteinpläne gegangen und ihr seht hier was passiert wenn die Schwimmer angeschaltet werden das ist natürlich auch interessant ja dass der blinkt ja dass der Ansprechverzögernd läuft dass ich hier eine Übersicht habe über die einzelnen Zeitglieder das ist natürlich auch sehr interessant sich hier anzeigen zu lassen dafür finde ich wirklich dass ein sehr ausgeklügelte Programmieroberfläche mag ich wirklich gerne und ihr werdet das dann in der nachfolgenden Präsentation natürlich sehen dass ich hier andere Pläne habe damit bin ich eigentlich durch bleibt gesund und genießt wirklich eure Sonne und seid gespannt auf das nächste Thema nämlich der Kontaktplan folgt mit dieser Kleinsteuerung und ich bin jetzt raus und sag euch Tschüss